Los geht's! Leute, falls ihr irgendetwas mit Kryptowährung zu tun habt, dann müsst ihr euch jetzt dieses Video anschauen. Ich habe nämlich etwas, das uns zeigen könnte, was als nächstes im kompletten Kryptomarkt passieren könnte. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Und damit, willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Kryptovideos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal und vor allem aktiviert die Glocke. Außerdem solltet ihr nicht vergessen, dass wir diese Woche wieder 75 Dollar in USDTether verlosen, Wie ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen könnt, erfahrt ihr im Laufe des Videos. So, dann lasst uns mal schauen, was gestern alles passiert ist und meine Güte, was hat das denn bitte für einen Tag? Als erstes werden wir jetzt mal einen genaueren Blick auf Bitcoin und zwar auf dem 4-Stunden-Chart werfen. Und falls ihr euch daran erinnert, gestern in diesem Video habe ich euch bereits gesagt, dass man auf jeden Fall vorsichtig sein sollte, wenn man in einen Langtrade einsteigen möchte, denn wir sind immer näher zu der roten Linie gekommen bei 42.000 Dollar. Wir sind jetzt also in diese finale orangene Box vorgedrungen, die kurz vor dem wirklich unfassbar wichtigen 42.000 Dollar Level gewesen ist. An dieser Stelle haben wir uns das erste Mal dem Level genähert und sind zurückgeworfen worden und an dieser Stelle haben wir es ein zweites Mal versucht und sind sogar noch stärker zurückgeworfen worden. Ich meine, im Grunde genommen sind wir auch genau darauf vorbereitet gewesen, denn die allgemeine Marktstruktur von Bitcoin, also langfristig gesehen, ist immer noch die gleiche. Alles, was zwischen diesen beiden roten Linien passiert, ist nichts als Lärm und damit wir einen langfristigen bullischen Trendwechsel sehen können, müssen wir auf jeden Fall die 42.000 Dollar durchbrechen. Aber nicht nur das, ich habe auch noch etwas anderes, was ich euch zeigen werde. Und im kürzeren Zeitrahmen hatten wir bereits unseren bullischen Trendwechsel und genau aus diesem Grund sind wir ja auch Richtung 40.000 Dollar gepusht. Das ist also schon mal ziemlich cool und jetzt brauchen wir genau diesen Trendwechsel auch langfristig. Und Leute, das Ganze kann auch eine Weile dauern, also ich rechne nicht damit, dass wir jetzt einfach nach oben durchschießen werden. Und klar, Bitcoin ist Bitcoin, das kann passieren, aber solange wir die 42.000 Dollar nicht durchbrochen haben, ist alles möglich. Wir können nach oben, wir können seitwärts gehen, wir können irgendwie sowas machen und immer noch in diesem Bereich bleiben. Und solange wir die 42.000 Dollar nicht durchbrochen haben, wird es wahrscheinlich auch genauso kommen. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann werden wir die 42.000 Dollar durchbrechen, denn das ist Bitcoin und Bitcoin wird jedes Level eins nach dem anderen rausnehmen in der Zukunft. Gestern sind wir allerdings noch nicht bereit dazu gewesen, aber irgendwann in der Zukunft wird es auf jeden Fall soweit sein. Und genau aus diesem Grund wollte ich euch auch gestern davor warnen, weil ich gesehen habe, dass wieder so viele Leute unfassbar bullisch geflippt sind. Ohne, dass sie diesen riesigen Widerstand bei 42.000 Dollar im Auge gehabt hätten und deshalb einfach damit gerechnet haben, dass wir durchbrechen werden. Leider läuft das so nicht, denn das ist nun mal riesiger Widerstand. Und jetzt lasst uns mal schauen, wo gestern diese Rallye aufgehört hat. Auf dem 4-Stunden-Chart befinden wir uns jetzt über all den Moving Averages. Schaut mal, die sind ganz weit hier unten und das ist schon mal ziemlich gut. Aber wenn wir jetzt einmal auf den Tageschart schauen, dann sieht das Ganze so aus. Was man hier jetzt also erkennen kann, ist, dass wir auf dem Tageschart wirklich exakt mit dem Bitcoin-Preis zu unserem 100er Moving Average gestiegen sind. Und genau daran sind wir dann auch abgeprallt. Tatsächlich ist das sogar ziemlich interessant, denn ich habe eine Chart, die ich euch gleich noch zeigen werde. Fürs Erste solltet ihr euch auf jeden Fall merken, dass wir von dem 100er Tages Moving Average abgeprallt sind. Und gleichzeitig war das auch in dieser orangenen Box. Klar, das war dann doppelter Widerstand. Können wir jetzt also hierzu irgendwelche Ähnlichkeiten erkennen und ist die Akkumulierungsphase schon vorbei? Naja, eventuell noch nicht. Eventuell werden wir noch ein bisschen weiter seitwärts gehen, bevor wir dann eine richtig große Bewegung haben. Und wie bereits gesagt, ich bin der Meinung, dass die Märkte wieder irgendwann im Spätsommer richtig Fahrt aufnehmen werden. Und eventuell werden wir in ein, zwei Wochen schon sehen, dass die Sachen anfangen werden. Fürs Erste denke ich allerdings, dass wir noch ein bisschen seitwärts laufen. Klar, das ist Bitcoin, alles kann passieren, ich habe keine Kristallkugel. Aber ich schätze noch ein bisschen mehr Seitwärtsbewegung, bevor wir dann das Level nach oben durchbrechen können. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen mehr Bullisches Momentum, denn wir sind jetzt wirklich so schnell nach oben gestiegen. Von 30.000 Dollar bis zu dem Moving Average hier oben in der orangenen Box. Eventuell war das ein bisschen zu schnell, aber irgendwann werden wir da drüber brechen. So, und jetzt lasst uns mal über diese Chart hier reden. Ist die Akkumulationsphase schon vorbei? Für gewöhnlich, was wir sehen, ist, dass wir diesen Downtrend haben, wo die grüne 100er Tagesdurchschnittslinie von der blauen 50er Tagesdurchschnittslinie gekreuzt wird. Ihr könnt also hier sehen, wie die blaue Linie die grüne Linie durchkreuzt. Dieser Downtrend wurde dann fortgesetzt und wir sind in eine Akkumulationsphase gekommen, die dann beendet wurde, als genau das Gegenteil passiert ist. In diesem Fall hat nämlich die blaue Linie, also der 50er Tagesdurchschnitt, die grüne 100er Tagesdurchschnittslinie von unten gekreuzt. Und danach sind wir weiter nach oben gestiegen. Also das ist jetzt zumindest, was man hier an dieser Stelle erkennen kann. Das gleiche ist dann auch hier passiert, als wir mit der blauen Linie die grüne Linie von oben durchkreuzt haben. Und dann sind wir in eine Akkumulationsphase gegangen, die wieder beendet wurde, als die grüne von der blauen von unten durchkreuzt wurde. Das ist nämlich der Zeitpunkt, wo wir aus der Akkumulationsphase rauskommen. Ich meine, das hier war jetzt eine ganz, ganz besondere Sache, denn hier haben wir nochmal einen Drop gesehen. Aber das war der Covid-Crash und ich habe das die ganze Zeit über schon gesagt, dass ich den Covid-Crash als eine riesige Anomalie ansehe. Hätten wir den Covid-Crash nicht gehabt und, naja, erinnert euch einfach daran, dass im Grunde genommen die komplette Welt gecrasht ist gleichzeitig. Und wäre das Ganze nicht passiert, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ein bisschen weiter seitwärts gegangen wären und dass wir dann trotzdem unsere riesige Rallye gesehen hätten. Aber das Ganze war nun mal eine riesige Anomalie, die niemals hätte stattfinden dürfen. Und tatsächlich, hätte BitMEX nicht ihre Liquidierungs-Engine ausgeschaltet, dann hätte eine gute Möglichkeit bestanden, dass Bitcoin an diesem Tag auf Null fallen könnte. An diesem Tag hat BitMEX allerdings die Engine ausgeschaltet, als eine Art Notfallplan. Und hätten sie das nicht gemacht, dann hätte Bitcoin realistischerweise sogar tatsächlich auf Null fallen können. Okay, und wo befinden wir uns jetzt gerade? Also, wir befinden uns nicht mal ansatzweise in der Nähe dazu, dass die blaue Linie die grüne durchkreuzt. Und klar, das Ganze ist auch wieder nur ein Modell und Modelle funktionieren so lange, bis sie nicht mehr funktionieren. Aber laut diesem Modell können wir jetzt eventuell noch eine etwas längere Akkumulierungsphase sehen, bevor wir dann in den zweiten Teil des Bullenmarktes eintreten können. Laut diesem Modell könnte das Ganze jetzt also noch ein, zwei Monate dauern. Aber meine persönliche Einschätzung ist, dass das Ganze schneller passieren wird. Aber wir werden sehen, wie das laufen wird. Denn wie gesagt, das ist nur ein Modell. Einige Leute werden jetzt sagen, dass man das Ganze hier nicht ignorieren kann. Aber das ist meine Art und Weise, wie ich die ganze Sache sehe. Und das werde ich auch weiter so machen. Denn zu diesem Zeitpunkt war ich da. Ich habe gesehen, wie diese Katastrophe sich ausgebreitet hat. Und wenn man das Ganze selber miterlebt hat, dann weiß man, dass das etwas nicht Normales gewesen ist. Das Ding ist nämlich, zu diesem Zeitpunkt sah eigentlich alles richtig super bullisch aus. Und dann kam auf einmal dieser Crash auf der ganzen Welt, der natürlich auch Bitcoin mit nach unten gezogen hat. Okay, und jetzt lassen wir uns nochmal ganz schnell über Ethereum reden. Und leider hat es Ethereum nicht geschafft, hier noch weiter als bis zur 2400 Dollar Linie zu kommen. Und in diesem Moment befinden wir uns sogar unter der 2200 Dollar Linie und haben sogar ein kleines bisschen Probleme damit, wieder nach oben zu kommen. Okay, und jetzt kommen wir noch einmal ganz schnell zu Cardano. Und hier beim Cardano Preis haben wir auf jeden Fall Unterstützung beim 1,20 Dollar Level gefunden. Und jetzt müssten wir noch einmal abwarten, ob wir genug bullisches Momentum finden können, um noch einmal in Richtung der 1,46 Dollar Linie zu pushen. Falls Bitcoin natürlich hier eine kleine Auszeit nimmt und dann auch die Altcoins ein bisschen nachziehen können. An dieser Stelle würde ich jetzt auch gerne einmal von euch wissen. Was glaubt ihr denn, werden wir das 42.000 Dollar Level diese Woche noch durchbrechen? Oder aber wird das Ganze noch ein bisschen länger dauern? Schreibt mir die Antwort einfach mal zusammen mit eurer Binance Chain Adresse unten in die Kommentare. Wenn ihr dann den Kanal abonniert und auch die Glocke aktiviert habt, nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Und das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns an dem nächsten Video.